Oh, das war echt, Menno. Nun ist es, Menno. Auch wenn es aussieht, als würdet ihr gewinnen, wir werden wiederkommen. Der Orden der Ältesten entstand aus einer Erkenntnis. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagre zurück. Er hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Und wie setzte dich unser höchst ehrenwerter Magistrat unter Druck, Ägypter? Praxila sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Geht es ihr gut? So gut es jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte... Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokless. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Wir brauchen kein Credo, keine Ideologie. Wir lauern nicht im Schatten. Wir schreiten im Licht. Wir brauchen die Gefilde der Binsen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wir brauchen die Gefilde des Binsen Warnings. Take clarity. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh mein Gott. 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 Töte dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott.